Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Gestern Abend wurde ein mega großer Patch rausgehauen, satte 4 GB groß. Ich weiß nicht, ob das auf allen Plattformen so ist, jedenfalls auf der PS4 ist es der Fall. Und er soll endlich Erlösung bringen und die nervigen Sound-Bugfixes bringen. Ob das wirklich funktioniert, das weiß ich aktuell nicht. Ich bin jetzt noch am Kopieren für den Patch, weil das echt ewig dauert, 4 GB zu kopieren. Deswegen würde ich mich jetzt schon mal darüber freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback in dem Video geben könnt. Habt ihr den Patch schon runtergeladen und habt ihr das Spiel allgemein schon mal getestet? Sind die Sound-Probleme wirklich behoben? Ich muss jetzt, denke ich, niemandem beschreiben, was die Probleme waren. Deswegen, was gibt es noch? Was wurde noch gefixt in dem 4 GB Patch? 10 freie Battle Pass Stufen gibt es jetzt obendrauf. Das wurde letzte Woche schon versprochen, weil der Battle Pass extrem schwierig zu leveln war. Es gab ja schon diverse Anpassungen am Battle Pass. Und ebenfalls die wöchentlichen Aufgaben werden an das Season 6 Niveau heruntergestuft. Auch hier soll es jetzt einfacher sein, die Maximalstufe von 110 zu erreichen. Der ekligste Glitch aller Zeiten wird ebenfalls behoben. Der Glitch mit Sheila und der Drohne von Krypto war auch ein sehr ekliges Ding. Und allgemeine Bugfixes. Was das für allgemeine Bugfixes sind, keine Ahnung. Detaillierte Patch Notes gibt es nirgendwo zu finden. Ich habe jedenfalls keine gefunden. Wie gesagt, ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt, ob die Probleme wirklich komplett behoben sind. Das soll es von dem kleinen Patch-Video schon wieder gewesen sein. Lasst wie immer dem Video einen Daumen nach oben an. Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Ach und natürlich ist Wurz Edge auch zurück. Das einfach mal nebenbei bemerkt. Das solltet ihr aber wahrscheinlich alle mitbekommen haben. Das war es jetzt von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 . Ciao. .